Vorbereitung des Haarpolish mit dem HG Polishing Um maximale Resultate zu erhalten, reparieren Sie die Haarstruktur vor Anwendung des Kits bitte mit Keratin, Maske, Serum oder anderen Produkten. Es ist sehr wichtig, die Haare zunächst zu glätten, besonders die Haarspitzen. Damit die Haare nicht versengen, vorher mit weichem Wachs, Cremen oder Pasten behandeln. Den Klipper in der Hand positionieren. Der Zeigefinger befindet sich auf einer Ebene mit der vorderen Klappe. Wählen Sie für die Maschine eine bequeme Position in der Hand. Teilen Sie das Haar auf. Separieren Sie ein bis drei Zentimeter vom vertikalen Abschnitt. Wählen Sie je nach gewünschtem Haarstil den Haarwinkel. Sobald das Haar eine uniforme Länge hat, kämmen wir nach oben. Wenn das Haar stufenweise geschnitten wird, kämmen wir abwärts. Vermeiden Sie beim Kämmen das Bilden von abstehenden Haarwischen. Auswahl der maximalen Haarspitze. Wählen Sie die Anfangsstelle der kaputten Spitzen. Fixieren Sie den Abschnitt zwischen Zeige und Mittelfinger zu einem leicht abstehenden Haarbündel. Führen Sie den unteren Teil des Aufsatzes komplett bis zum unteren Teil des Abschnittes und drücken Sie ihn zusammen. Drücken Sie mit dem Mittelfinger auf den Aufsatz. Kontrollieren Sie den Druck mit dem Zeigefinger. Führen Sie den Aufsatz über die gesamte Länge des Haares. Legen Sie die Strähne in den Aufsatz. Drehen Sie die Strähne für das Polishing der äußeren Ebene um und führen Sie den Zusatz an der Strähne entlang. Drehen Sie die Maschine, führen Sie diese in eine bequeme Position und bearbeiten Sie das Haar mit dem Aufsatz. Überprüfen und wählen Sie aufmerksam die zu behandelnden Stellen. Führen Sie den Klipper parallel der Haarlinie entlang. Sie können diesen vorwärts oder rückwärts neigen. Drehen Sie diesen bitte nicht im oder gegen den Uhrzeigersinn. Um die Haarspitze intakt zu lassen, öffnen Sie die Aufsatzklappe. Behandeln Sie Abschnitt für Abschnitt. Verfeinern Sie nun den finalen Haarschnitt am besten mit dem Hairgripper. Der HG Polishing Aufsatz ist der einfachste und effektivste Weg, um Haarspliss zu beseitigen. Bessere Resultate in kürzerer Zeit. Dreckete in kürzerer Zeit. Dreckete in kürzer.